Was mache ich da am besten? Den Finger bis ins Wasser. Und dann der Fluch. Ich hab's nicht drauf geschafft. Okay, jetzt ist aber Van Helsing dran. Und der wird Dracula-Wurm umbringen. Ja, erstmal auf Schreie-Arme. Das hatte ich ja so geplant. Auch wenn nicht so deutlich. Ach nee, der hat ja gar nicht abbekommen. Wie cool. Sehr schön. Jetzt wird unser schöner Draco-Wurm bis ins Wasser geprügelt. Das ist doch mal eine schöne Sache. Gut, jetzt muss ich den Rest noch erledigen. Den werde ich aus der Mischung vom Baseballschlägern und Pumpguns erledigen. Hoffe ich mal. So Sniper-mäßig in die Richtung. Ja, Shinigami ist dran. Ja, das dürfte meine letzte Feuerfaust sein. Ja. Das ist meine letzte Feuerfaust. Deswegen gibt es jetzt einen Schrotflinken-Contest. Komm schon. Yay. Und Hauptgang. Undead 8. Vor dem sollte ich mich vielleicht verstecken. Okay, was macht der jetzt? Nein, 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 nein. Ich mach dich kalt, kleiner. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Oh, oh. Okay, das ist okay. Das ist okay. Da hab ich nichts gegen. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Jetzt ist... Ah, aha. Jetzt ist wo TJ dran. Jetzt weiß ich auch, wie ich das geschafft hab, dass von Hellsing gerade eben abgestürzt ist. Und... Zweiter Treffer. Jetzt geh ich noch bis hinter die Hütte. Da kann ich nämlich keinen Affe treffen. Die Bomben vom Autoppaus dranwerfen, wie sie wollen. Das wird nicht funktionieren. Gut, schlecht. Was geht denn jetzt ab? Trifft der? Boah, der trifft auch noch fast. Okay, jetzt ist von Hellsing dran. Mal sehen, was ich da anstelle. Hat der eigentlich... Ja, der hat er auch. Das ist doch mal sehr schön. Ähm... Erstmal kriegt der jetzt eins gegen den Hinterkopf gezimmert. Und verliert dadurch... Keine Ahnung wie viel. Und der kriegt auch noch was ab. Und ich versteck mich wieder. Da muss Shinigami wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen was einstecken. Aber der darf dann gleich austeilen. Und zwei auf einmal töten. Oh. Oh, ist Shinigami dran? Ich glaub, Shinigami ist dran. Krieg ich meine Wenigkeit. Meine Persönlichkeit. Meine... Meine Warm-Persönlichkeit. Ja, geht's gleich dran. Normalerweise. Ja, sieht so aus. Um das auch richtig schmackhaft zu machen, geht jetzt der hier flöten. Und... Ja, das wird genug Abstand sein, um nicht verletzt zu werden. Hoffe ich zumindest mal. Na, war eh zu spät, um was zu ändern. Von daher... Gut. Jetzt ist gleich die gute DJ dran. Mal sehen, was ich da anstellen kann. Ich hoffe mal, ich treffe. Wie gesagt, da können die Bomben dran werfen und Granaten und sonst was, wie sie wollen. Mich stört das nicht. Okay, jetzt ist die Frage... Verdammt, wie komme ich da wieder hin? Ähm... Ich denke mal, das lässt sich ganz einfach beantworten. Ähm... Oh. Das war... Vielleicht nicht... Nicht ganz so gut, würde ich mal behaupten. Weil Enter es größer macht. Ja. Mist. Okay, DJ ist so gut wie tot. Nicht schön, aber sowas passiert auch mal. Niemand ist perfekt. Ganz sicher nicht ich. Aber... Man braucht ein wenig... Man braucht ein bisschen Geduld, aber den werde ich jetzt nicht mehr kriegen. Gut, das war ein Volltreffer, aber... Naja. Muss ich nochmal treffen. Das heißt dann... Drei Schüsse. Okay, wenn die mal dahinter vorkriechen würden... Au, au. Und... Hasta la vista. Shin... Okay, mal sehen. Vielleicht gibt es die ja irgendwie. So, da haben wir jetzt... Den... Da? Wen haben wir hier? Ähm... Shinigami haben wir da. Das war ein schöner Treffer, der zum Tod eines Wurms geführt hat. Alles klar, jetzt muss ich hier ein bisschen runtergehen. Dafür habe ich noch reichlich Zeit. Oh, verdammt. Nicht so. Ähm... Hey! Hallo! Und... Ja, wenn ich... Wenn ich es schaffe, sollte ich noch hinter einer Mauerecke verschwinden. Damit mich hier keiner fertig macht. Ja, und... Geschafft. Sogar noch geschossen. Aber das... Naja, es war unnötig. Das gebe ich selbst zu. Aber es war nochmal cool. Ähm... Ja, mal sehen, was der anstellt. Ich treffe da ja doch Shinigami. Hm, ich hoffe mal nicht. Ähm... Das war knapp. Hm, gut. Ähm... Ähm... Zu sehen ist hier wirklich keiner. Aber ich kann es mal mit... einer Granate versuchen. Obwohl. Aha! Wie wäre das denn? Wenn ich jetzt... Und dann mit dem... Boah! Da gibt es sogar noch Rückenwind für mich. Dann gehe ich doch mal hier hin. Ich schnappe mir die Schuhplänte. Verdammt! Und treffe nicht. Hm, 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 hm. Verflucht. Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Ähm... Ja, blöde Sache. Ähm... Ja gut, jetzt trifft er eh nicht. Von daher... Ja, ah, verdammt. Wieso? Okay, ähm... Jetzt kriege ich ihn. Ähm... Habe ich den gerade jemals nicht getroffen? Der hatte doch noch drei Schwenkratzen. Ach, verdammt. Einen hat er nicht ganz getroffen. Vielleicht haben nicht alle Kugeln getroffen. Dann müssten ja fünf Kugeln rausgehen. Einer hat dich getroffen. Dann wird's drin ergeben. Ja, wir haben den Treffer mal wieder. Bin ich auch gar nicht, äh, böse drum, dass da kein Treffer war. Ähm... Jetzt nur noch einmal hier unseren Eaten-Alive-Ersten treffen. Und der wischt Dennis. Der muss auch noch dran glauben. Da muss ich aber näher ran. Sonst funktioniert das nicht. Dann verziehe ich mich am besten mal hier hinten in die Ecke. Da kann er mich nämlich nicht irgendwie rauskloppen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten, äh... Wäre das blöd, weil das Fun-Warming ist. Nicht so cool. Aber er... Sieht es standfest aus. Wie viel hat er verloren? Acht? Zig? Nein, acht. Acht hat er verloren. Okay. Jetzt ist die Frage. Wie komme ich hier rüber? Schaffe ich das? Ja. Sehr schön. Okay. Boah. Ich habe es bis hier hoch geschafft. Und das heißt, ich kann eben auf die Glatze eins braten und ich habe gewonnen. Oh. Ja, gewonnen. Komm, abwortiert. Ja, das war jetzt kein so viel Einsatz mehr. Bueno. Komm, ab gegen das.